Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute ARD-Journalistin entschuldigt sich bei den Grünen und bei der Person Annalena Baerbock. Ja, vor einigen Tagen war Annalena Baerbock beim ARD-Sommerinterview zu Gast. Eine ganz normale Sache, wenn man als Politiker in diesen Sommer geht. In den letzten paar Sommern wurden immer wieder die Sommerinterviews geführt mit den Spitzenleuten der unterschiedlichen Parteien. Innerhalb dieses Talks kam es dann zu einer folgenden Anrede der Journalistin Tina Hassel, die wir ja schon seit Jahren auch in der ARD kennen. Und zwar sagte sie, die kommende Regierung könnte die letzte sein, in der die Klimakatastrophe überhaupt noch abzumildern ist. Wie würden Sie das Ihren Kindern erklären, wenn durch die vermeidbaren Fehler Ihrer Mutter vielleicht die Grünen die Chance verspielt hätten, diese entscheidenden Weichen in der Regierung mitzustellen? Ja, es ging halt darum, dann auf diese unter anderem Plagiatsaffäre oder auch mehreren Fehlern, die Baerbock auch in ihrem Lebenslauf gemacht hatte, anspielte diese Frage. Und dadurch, dass natürlich auch immer wieder von den Grünen behauptet wird, dass die Kinder ihren Eltern später Vorwürfe machen würden, war diese Frage berechtigt oder unberechtigt. Das ist jetzt je nachdem, wie man das interpretiert. Und dann gab es selbstverständlich, wie das in der heutigen Zeit so üblich ist, einen Shitstorm unter anderem auf der Social-Media-Seite Twitter, in dem das Ganze als sexistisch, grenzüberschreitend und unverschämt abgeglimpft worden ist. Und man brachte es hiermit ins Spiel, dass man das Ganze einen männlichen Kandidaten so nicht gefragt hätte, ihn nicht so grenzüberschreitend gefragt hätte. Da kam zum Beispiel das Beispiel auf, dass bei Armin Laschet am Schluss des Interviews, weil das war auch eine Szene hier am Schluss des Interviews mit Frau Baerbock, dass dort nur nach Fußball gefragt worden ist. Und sie kriegt halt so eine kritische Frage. Andererseits wird auch entgegnet, dass natürlich der FDP-Chef Christian Lindner auch Privates gefragt worden sei. Irgendwo steht das Ganze wahrscheinlich in der Mitte. Was sagt ihr dazu? Ist das Ganze berechtigt? Musste sie sich berechtigt entschuldigen? War das grenzüberschreitend oder war das einfach nur eine ganz normal kritische Frage, der man sich dann auch stellen muss? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Eins steht zumindest fest. Es war ein sehr spannendes Interview. Sie hat sie auch an der einen oder anderen Stelle etwas härter herangenommen. Das ist auch, glaube ich, gut so im Journalismus. Trotzdem bleibt hier natürlich die Frage für jeden Einzelnen, war das eine Stufe zu drüber? War das vielleicht sogar sexistisch, wenn man das irgendwo da drin finden kann? Ja, und sie hat sich entschuldigt. Vielleicht nur mal die Entschuldigung hier wörtlich vorgelesen von Tina Hassel. Ich bitte alle, die meine Frage beim Sommerinterview als unangemessen oder gar sexistisch aufgefasst haben, aufrichtig um Entschuldigung. Annalena Baerwock hat ihre Kinder selbst mehrfach thematisiert. Ich bin auch Mutter und bedauere sehr, dass dieser Eindruck entstanden ist. Ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Und ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Bis zum nächsten Mal.